So, ich habe heute für euch den Rossmann-Katalog geholt und ich wollte den jetzt mal ein bisschen angucken. Ja, allgemeine Produkte hier. Die haben jetzt nicht so ein mörderisches Produkt, eine Produktauswahl, wie man es sonst von Aldi oder Lidl kennt. Er ist klein und überschaubar, ja, für die einfachen Leute, die nicht so viel wollen, ist es eigentlich ausreichend. Ja, hier oben ist der Verkauf ab sofort, also das gibt es momentan bei Rossmann zu kaufen. Wir können ja kurz nochmal durchgehen, Bleigießen, Partyknaller, Daniel Partyback, ja, Knallbonbons, Glücksbringer, Luftschlangen, der Silvester-Counter im Kalender. Hits4Kids ist ein super Sortiment, ein bisschen teuer. Tischbombe, große Tischbombe, Wunderkerzen, ja, ganz in Ordnung. Silvester-Counter im Kalender habe ich mir geholt. Ja, und jetzt gehen wir mal zum eigentlichen Teil über. Verkauf vom 28. bis 31. Dezember 2013 in eigentlich allen weiteren Silvesterfeuerwerken in ihrer Filiale hält. Also das ist wirklich nicht alles. Es gibt doch noch mehr, da habe ich auch nicht weiter gelesen. Ja, ab 18 Jahren natürlich. Gut, haben wir hier Empire, 134 Teilig, 6 Euro von Komet. Ist ein bisschen klein, ich weiß nicht, ob man alles erkennt. Es sind sehr viele Böller drin. Würde mich mal interessieren, wie die so verarbeitet sind. Und natürlich Raketen. Dann haben wir hier einen sehr günstigen China-Böller D-Schinken. 80 Teilig, 5 Euro. Es hat mich sehr gewundert, dass er so günstig ist. Ich weiß nicht, ob der woanders mehr kostet, beim Real oder so. Aber das kommt mir schon sehr günstig vor. Ja, Batterie-Sortiment, das heißt pure Power, wenn ich das richtig lese. Oder steht das da? Super Power? Ich weiß es nicht genau. Ähm, 125 Schuss insgesamt, 3 Batterien, 10 Euro. Ja, denke ich mal, kann man nehmen dafür. Dann gehen wir mal hier in die Mitte. Da haben wir Midnight Celebrations 100 Schuss Batterie. Ich denke mal, das ist so eine römische Lichterbatterie. Für 7 Euro. Ganz in Ordnung. Dann hier drüben, Made for Heathen. 7 Teilig und 8 Euro kostet das Ganze. Ein bisschen teuer. Aber, ja, ich weiß jetzt nicht, wie die Raketen so sind. Deswegen kann ich das nicht ganz beurteilen. So, dann haben wir hier Highlights. Über 10 Teile, 10 Euro. Ein sehr gutes Sortiment hatte ich schon mal. Kann ich nur empfehlen. Und dann am Schluss noch, ähm, Hurtbeat. 170 Teile. Hier unten wieder Leuchtkram und hier oben ein paar Raketen. Für 9 Euro. Also, es ist sehr überschaubar. Wie gesagt, es gibt noch weitere Artikel in der Filiale selbst. Und diese Artikel gibt es momentan auch noch. Naja, ähm, Komet ist ja immer so eine Sache. Die haben eigentlich gute Ware, aber es ist meistens sehr teuer. Jetzt abgesehen von den Böllern mal. Das ist eigentlich das günstigste hier auf der ganzen Seite. Es kommt mir echt verdächtig günstig vor. Ich weiß nicht, wie die Böller verarbeitet sind. Ich weiß gar nichts. Aber ich hab vom Highspeed Fireworks gehört, dass die im Schinken anders verarbeitet sind, als jetzt, sag ich mal hier, in so einem Sortiment hier. Oder einfach einem Set. Wie so einem hier, wenn da, ja, Böller alle so drin sind. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat die kleine, aber kurze Vorstellung hier gefallen vom Rossmann-Katalog. Ähm, ja, es gibt eigentlich an der Stelle nichts mehr zu sagen. Und ich würde mich über Kommentare, Likes und weitere Abos natürlich freuen. Und, ja, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.